Hallo ihr Lieben, was geht bei euch Zockerfreunde wieder am Start hier und jetzt geht's weiter mit einer Runde Let's Play Freitag, der 13. Muhaha, ich muss erstmal die Party-Audio hier auf Prietet für Spiel umstellen und ich muss hier kurz den Audio-Mix anpassen, nicht zur gehörigen Audio, okay. Geh mal Mike, das ist gut. Ja, ich hör dich. Ich hab, ach genau, Leute, mal kurz zur Dings, ich hab den Horror-Killer dabei, den Erik und den Luca. Hi Mike, so, eine Frage, hörst du die anderen labern und hörst du die gut und laut oder hörst du die gar nicht? Das müsste ich jetzt einmal wissen, weil wir sind hier gerade so ein bisschen am Rumexperimentieren, beim letzten Stream hat man die anderen ja überhaupt nicht gehört und das war echt uncool. Ja, man hört die gut, ja, man hört die gut, output voice in world, mute, copyright me. Bist du besoffen oder was? Ja, und? Ja, also, man hört die anderen gut, war das richtig? Ich gucke jetzt selber. Ich gucke jetzt selber. Ich gucke jetzt selber. So, in der Zeit kann, also geht, sagt er. Hast du Wochenende Zeit zu zocken? Ja, Sonntagabend habe ich Zeit zu zocken. Ich mach schon mal, ich mach schon mal Quick Play. Oh, ich hoffe, ich bin Jason. Ich schwör, ich mach euch so fertig, ne? Nein, das heißt so. Ich muss mir mal so einen Perk holen. Scheiße, ich hab die falsche Person ausgewählt, ich nehme mir immer die hier. Wann, wieviel Uhr? Äh, lass uns das dann klären. Firecracker Ray, okay. Ich rede mit meinen Abonnenten, yeah. Ich zieh sie mal ein bisschen sexier ein hier. Confirmed. So. Mir ist halt wichtig, dass man die anderen auch versteht. Das Spiel wird schon gesucht, das ist gut. Man hört euch schon wieder mal so gut wie gar nicht. Ja, man hört uns so gut wie gar nicht. Ja, geil. Ja, verlasst ihr, verlasst ihr mal, warte, dann verlasse ich auch. Ja, wir versuchen es mal. So Freunde, ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch. Ne? Also ich höre euch auch. Wie ist das jetzt? Hört man, hört man die andere? Ja, so. Ja, wie war ich dabei? Ja, ich war dabei. Ja, ich war dabei. Das ist GEMA. Oh, es geht los. Ja. Es geht los. Ja. Es geht los. Es geht los. Ja, dann ist alles super. Dann können wir direkt starten. Zu leise. Settings. Psch, ruhig jetzt. Psch, ruhig jetzt. Audio-Setting. Musik. Guten Tag. In-game-sittings. Okay. In-game-sittings. Okay. Mach mal eine neue Party auf. Wir bleiben jetzt einfach in der... Weiß ich nicht. Wir machen das so wie gestern. Fertig aus. Mach mal eine neue Party auf. Und mach den... Mach die Brille. Hi, Gaming Toast. Okay, ist ja gut. Ist ja gut. Chill. Ich hoffe, ich bin Jason. Ihr seid sowas von tot. Ja. Naja, Leute. Bei dem Spiel ist es halt wichtig, dass man äh... Die Audio im Spiel hört. Damit man hört, wo die anderen sind und was die haben und so. Das ist halt sehr viel auf Teamwork basierend. In diesem Moment des Tages freue ich mich schon den ganzen Tag. Ja. Dann habt ihr eh keine Schnitte. Das ist meine Frage. Sind hier alle Deutsche oder sind hier auch fein? Ja, UK. Brains UK. Englisch. Erstmal eine 200er Ibo genommen. Degas Kopfschmerzen. Ja. Da hört man ja noch weiter. Ja, da leise. Es geht's weiter. Ja. 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 wieder leise sein. Gaming Toast, schreib mal bitte Hochdeutsch, sonst kann ich das nicht lesen. So, erste Runde heute. Gucken wir mal, dass wir hier das Ganze wieder hinkriegen. Let's try to fix the car. Ich möchte auch so gerne Freitag der 13, aber ich darf es von meinen Eltern aus nicht kaufen. Ich habe es und bin 15. Digga, GTA ist viel schlimmer. Okay, 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 go, 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 go. Luca, bist du Jason? I don't want to die so far. Luca, bist du Jason? Hau ab. Hau ab. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Jason ist ein German freak. Come on. Oh, ich kennst dich. Luca, ich hasse dich. Freunde, erste Runde direkt down, schade schade, schade, schade Mal gucken, was die anderen so machen Gucken uns mal Hellking of Doom an unseren Erik, was der so macht Ich bin mal gespannt Und für euch gilt wieder, wenn ihr neu auf meinem Channel seid Was ist ein Hit? Was? Wer ist er denn? Wer war er denn? Tommy Jarvis Oh, okay Ich bin Tommy Jarvis Oh mein Gott Das ist, das ist Rewrive Ich bin Tommy Jarvis Hallo Erik Oh mein Gott, wie funktioniert denn das? Ich bin wieder da Ach, jetzt verstehe ich Wenn einer von euch Tommy Jarvis ruft Kann einer, der gekillt worden ist Wiederbelebt werden Jetzt check ich das Wie geil ist das denn? Ist Tommy Jarvis Ist Tommy Jarvis irgendwie aus den Jason Filmen oder sowas? Oh nein Nein, 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 nein Ich rede mir schon wieder voll in die Arme Luca verpiss dich Luca verpiss dich Ja, aber die möchte ich mir aufheben Okay Come into the house Come into the house I got the gun Where's the first aid spray? Halleluja Somewhere in a bath In a bathroom Or something Yes Yes I'm German I have the gasoline for the car Now we need the battery And the keys I'm in the car I think I put that on, right? Oh, nice Oh, nein, 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 nein Go away, go away Luca verpiss dich Luca verpiss dich We need the fucking keys Wir brauchen die Schlüssel, Freunde Alter, wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe hin? Ich muss die Waffe scanned Oh, nein Tommy-Tommy Jarvis lädt sich übelst schnell wieder auf Okay, da ist Jason Wollt ihr mich verarschen? Hey, hey, stop, 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 stop. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Oh, oh, wait, 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 wait. Wait. Don't drive away. There was no place. Older Leute, I'm not in the car. Oh, Luca, I hate you. There was no place in the car. But thanks for waiting. Shit. Da ist kein Platz, der passt nicht rein. Da hinten ist alles. There is no space. Beehive. Da ist ein Zweisitzer. Das ist ein Zweisitzer. Oh mein Gott. Hallo, Beehive. Auch noch nicht gesehen. Willkommen. Gibt noch einen Vierersitzer im Grün. Ach, ja, nee, oder in blau, ne? Ah, tschüss. Ja, wir sind alles die Toten hier. Oh, Luca, du bist doch echt scheiße. Aber er kann mich nicht hören. Wie heißt, wie geht's dir? Du bist neu auf meinem Channel? Willkommen. Hast du auch Freitag, der 13. Kindle? Schau dir das auf. Schau dir selber. Oh Gott, was ist passiert? Eric, du lebst doch? Ach, ich kann ihn hören, aber er kann nicht ihn hören. Na, bravo. Der kann doch mal Tommy Jarvis rufen. Hörst du mich, Eric? Eric, wenn du scheiße bist und mich hören kannst, dann sag mal nix. Alles klar. Ich hoffe, ich werde gleich mal Jason. Ich schwöre, ich fick euch alles. Keine Chance. Weißer, was spielt man die erste Runde und da ist direkt ein guter Freund von einem Jason, ne? Das zerstört Freundschaften. Dieses Spiel ist wie Mario Kart. Das zerstört Freundschaften. Und Ende. Der nächste. Wie viele leben eigentlich noch? Nur noch einer. Bist du gestorben, Eric? Ihr wollt kein Ass hoch. Moin Daniel Baumann. Alles klar bei dir? Du weißt, dass er dich sehen kann, ne? Ah, nee. Der hört mich ja gar nicht mehr. Ja, auch alles klar. Ah, Tommy ist auch. Jason hat gewonnen Ja was wir nicht wussten Was wir nicht wussten ist das scheiß gelbe Ding war ein zweites Bin wieder da Alles klar Mike Killer killer Kann man mitspielen Ja natürlich kann man mitspielen Alles kein Thema Da siehst du meinen Namen Deathdealer1801 Kannst mir eine Freundschaftsanfrage schicken Oh Level 7 Und bei Gelegenheit kannst du dann auch gerne mitzocken Das ist kein Thema Ja lass ihn in der Lobby bleiben Hier Dann können wir auch eine private spielen Warum 1801 Das ist das Geburtsdatum meiner Tochter 18.01 Äh Dani Hauptsache Du nimmst den Der geht's gehen So ich will jetzt Jason sein Ich hab keinen Bock mehr die ganze Zeit Versuchen das Auto da zu kriegen Das Fil Pool ist mein Name Der butterflies Was ist das Und immer was ist das will ich auch Vielleicht ein bisschen Ja Du Crazy Aber ich bin Fields Und ich bin Und ich bin Tschüss. ist gekickt worden oder was habe anfrage gesendet ja man nämlich auch gleich an nur das problem ist wenn ich jetzt die anfrage annehmen dann seht ihr nichts mehr oder warte kommen das kann ich ganz schnell machen ja ja es wird nur die audio freundschaftsanfangen komm lad mal schneller hier akzeptieren habe ich jetzt eigentlich neuen jason ausgewählt habe ich nicht aber ich werde ja jason oh no oh no oh no suck gesicht suck gesicht fuck crazy stupid guy i gotta get out of here now hey wo ist der wo ist der also das ist horror killer du bist bei mir ne nico lass uns gucken dass wir so schnell wie möglich das auto gefixt bekommen dann hier abhauen schnell mal die machete nehmen ja habe ich jetzt auch hier da kann ich irgendwo oh mein gott leck mich weg hier oh mein gott lauf ja man ich würde mich gegen die bullen rufen eben in lp da bist du ja wieder digga ich glaube du hast ein abo da gelassen ne vielen dank dafür falls du das warst wenn ihr fertig seid ladet mich ein ja machen wir auf jeden fall digga ich hab jetzt überlebensdrang entwickelt hier liegt daran ich würde den jason gerne mit einem äh mit einem badminton schläger verprügeln immer die 12 schließen ey nico nico komm zu mir nico 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 nio nimm die leuchtenpistole hier damit kannst du den stun Hier, hier. Ah, du hast schon eine. Sehr gut. Ich habe abonniert. Ja, vielen Dank dafür. Damit bist du auch automatisch im Topf bei meinen Gewinnspielen. Kannst du ja in der Kanalbeschreibung einmal durchlesen. Hier ist nix. Immer die Türen schließen. Was für ein Gewinnspiel? Äh, ja, ich habe verschiedene Gewinnspiele. Warte, ich rede gleich weiter. Ich mache bei mir auf dem Channel verschiedene Gewinnspiele. Ab 50 Abonnenten habe ich ein Merchandise verlost. 100 Abonnenten waren 20 Euro PSN Steam Guthaben, je nachdem was man hat. 150 Abonnenten und ich, äh, dass eine Rakete aus meinem Hintern flitschen. 500 Abonnenten, 50 Euro PSN Guthaben. Und hier ist das Gasolin. Ey, 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 ey. Niko, niko, niko. Nimm mal hier Dings. Benzin und das ab zum Auto gehen. Kiss. Ich gebe dir Deckung. Mike, ruf mal laut Amenasujuk. Dann abonniere ich dich. Amenasujuk. Wo ist, ey, wo rennen wir überhaupt hin, Nico? Ja, sicher, dass das da ist? Du hast Karte? Da vorne ist Jason, da vorne ist Jason, da vorne ist Jason. Oder? Nee, das ist anders. Ich glaube, Jason, er ist ganz nah. Ja, das ist er. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Mach die scheiß Tür zu. We got the gasoline. Wo ist die Batterie? Wo ist die Batterie? Wo ist die Batterie? Nee, er hat das Benzin. Er hat die Batterie, ja geil. Komm her, durch die Tür. Ah, oder so. Das ist mein neues Headset. I can give you secure. I can give you secure. Ah, come on. Hooh. Oh. Nächster Stream, ja man, Digga. Heute ist viel zu tun. Oh Leute, die sind schon wieder raus. Habt ihr alles fürs Auto, oder was? Warte, ich versuch... Holy shit! Go away, go away, go away! Oh shit, I didn't close the door, oh no, 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 go away, go away, go away, go away, go away, la, 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 oh shit. Go away! I hate you so much right now. Oh, come on, not you again. Not you again. Give me a break. There are... Oh shit, only two people left. I didn't know that. And I think you already win. Take him, take him. That's no problem. Oh, come on, shit, fuck. No, 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 no. Ha! Ah! Ah! Give me a break. There's someone else. Oh, come on. I'm just a virgin. I am just a virgin. Okay, GG. GG. Good game. Gutes Spiel, Leute. So, jetzt muss ja immer kurz... Leider... Muss leider gehen. Meine Freundin ist jetzt bei mir. Sie pennt bei mir. Haut rein, macht euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Mike. Wenn du ein bisschen mit deiner Freundin nachher Film gucken willst, kannst ja gerne meinen Stream reinhauen. Schleich dich an, dann findet er dich nicht so leicht. Ja, war nicht so einfach, Digga. Mit der Bratpfanne. Ist geil, oder? Ja, ich sehe meine Leise. Das reicht gerade. Und wir haben elf Zuschauer. Ihr seid ja mal richtig aktiv heute. Was geben wir euch? Mega geil. Ich begrüße auch alle Neuen bei mir auf dem Channel. No Tricks. Gehst du schon wieder? Ich installiere es gerade, Digga. Hast du PS4? Ding. Nee, PC leider. Ah, schade Digga. Hätten wir gerne zusammenzocken können. Hallo. Gehst du, bei der Weg? Es ist für k Serv fair. uerhmbann. Du sagst mir. Und ich wollte nach den Löwen sagten, auch immer neuenieg Fernsehen zum Gassen. Es ist so gerade kein Europa für dich. Ja, man, er ist voll krank. You are crazy. Was hat Mike gesagt? Ja, der muss aufgehen. Warte mal. Warte mal. Habe ich. Ready. Nicht viel, bin gerade am zocken. Was zockst du denn, Digga? Ich liebe dieses Game, Jason. Jason Forhees ist bei mir in der Party. Bei mir im Stream. Was geht? Jason Forhees ist bei mir in der Party. Jetzt sind sie weg. Ist vielleicht auch gar nicht mal so scheiße. Ja, man, ich liebe dieses Spiel auch. Es ist eine Low-Budget-Produktion. Müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber es ist mega geil. Ohne Scheiß, ey. Man braucht nicht. Da sieht man mal, es braucht nicht viel. Es braucht so wenig. Und man kann ein übelst geiles Game auf die Beine stellen. Es braucht so wenig. Ich habe den Savini Jason für 400 Euro auf Ebay gesehen. Digga, was? Ich liebe es so much. Ja, ich auch. Me too. Halt die Fresse, ich mache euch so fertig. Ich mache euch so fertig. Ach, scheiße, bin ich ja gar nicht. Schade. Soll ich zuschlagen, Digga? 400 Euro würde ich nicht ausgeben. Ehrlich nicht. 400 Euro ist ein bisschen zu much. Spielt ihr es auf PS4? Ja, Mann. Leider. Hättest du... Auf PS4 hätte ich gesagt, komm, wir zocken zusammen. Aber geht ja leider nicht. Ist ja leider nicht kompatibel. Soll ich... Aber wie gesagt, 400 Euro würde ich dafür nicht ausgeben. Da würde ich die 400 Euro lieber in was anderes... Scheiße, Killer, wir haben dich vergessen. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir jetzt wirklich leid. In der nächsten Runde laden wir dich auf jeden Fall ein. We since yesterday. Hallo. Freunde. Ich spreche Touristisch-German. Hey, guys. Always close the doors. Mach immer die Türen zu. Let's make a party. Let's play music. No. Oh, ne. Ladet ihr mich nach der Runde ein? Ja, Leute, erinnert mich mal dran, Killer, Killer nach der Runde einzuladen. Ich bin Level 60. Vielleicht schaffe ich... Vielleicht schaffe ich ja 101 in den zwei Wochen. Das wäre geil, Digga. Nur coole Leute spielen PS4. So, jetzt will ich mal gucken. Jetzt darf ich mich eigentlich auch nicht verletzen. Ich muss das jetzt auch nochmal ansprechen. Für alle neuen Leute, wenn euch der Stream gefällt, bis jetzt, vergewaltigt den Abo-Button. Ich würde mich super freuen. Und was noch wichtiger ist, drückt die Glocke, damit ihr auch keine Videos und Streams mehr von mir verpasst. Wäre super geil für euch. So, ich brauche erste Hissenspray. I need first... I need first aidspray or something. Ja, Entschuldigung. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Also ich stream so oft ich kann, Jason, ich will einen Freddy vs. Jason. Oh ja, Mann! Ah, der Jason, der Freddy vs. Jason, Jason ist der Hammer, gib ich dir voll mein Weg. I don't have the mini-map, eh, the big map. Which way I have to go, north, west, south or east? Oh shit, go away! What the fuck is this? Leute, kein Essling, ich weiß nicht. Yo, geh jetzt pennen, gute Nacht, alles klar, gute Nacht, Nick, weißt du... Come on! Come on, come on, break me, break me! Shit! Somebody pick me here, Tommy, Travis! Ach, come on! Ich hätte nicht aus dem ersten Stock springen sollen, Leute, ohne Scheiß! Heißt du auf PS4 Death Dealer 1891? Ja, Mann, heiße ich. Aber ich heiße nicht so, weil ich irgendwie Drogen verkaufe oder so einen Scheiß, sondern wegen dem Film Arena. Arena, Arena. Digga, ich bin sowas von Anti-Drogen. Ich stehe gar nicht da drauf, eh. Lass mich rauchen! Deine Mutter raucht auch! Was ist denn mit Bruno los? Den hab ich noch gar nicht herangekriegt, ey. Schade, ich bin nur wegen Drogen hier. Nee, Digga, sorry, kriegst du bei mir nicht. Ich schick dir mal ein Bild auf WhatsApp, wie hell es bei mir ist. Also, ja, mach das nicht gleich. Bei mir sind es auch noch super hell. Ich patch mal so drauf. voll dunkel. Killer, killer, wo kommst du her? Ja, Mann, ihr müsst zum Ausgang. Ach so, ja, die hören uns ja gar nicht. Ich vergesse das immer wieder, ne? Ah, ihr geht mir aber weg hier, ey. Dann muss er da rausrennen und dann ist er weg. Freunde, Freundschaftsanfrage, hab ich doch angehen? Ach so, ja, kannst du mich schicken, aber du bist ja PSN. Wenn die Story nur Multiplayer mit Bots ist, bin ich aber echt enttäuscht. Ja, ist leider so. Und ich gerade alleine zu Hause. Geil, 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 geil. So, jetzt müssen wir hier den Ding einladen. Darf ich jetzt nicht vergessen. Aber es ist nicht gut genug. Mein Problem war, ich bin über die Winde in der ersten Fläche. So, ich muss... Ich muss dich hier... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Schnauze jetzt. Ich muss hier den Ding einladen. Dem habe ich das versprochen. Warte. Ich muss mal raus aus der Party. Also, wir lieben mal kurz hier. Leave the Lobby. Hoffentlich sind die da jetzt nicht noch weiter drin, ne? Oh, okay, das ist bei mir. Okay, ich lade nochmal alle ein jetzt. Pause einladen. Horrorkiller ist hier drin. Da einladen. Und Erik einladen. So. Die müssen sich alle eingeladen haben. 46 Minuten, schon 100 Einkommens geknackt. Coole Sache. So. Warte mal, bis alle da sind. Wo muss der hin? Wo muss der hin? Moin. Hallo. So, wo ist denn der Luca jetzt hier eigentlich? Wo ist denn der Luca jetzt hier eigentlich? Neues Hype-Game ist da. Ach, Luca, was ist denn mit dir? Können wir die Privates noch machen? Können wir machen? Ja. Damit ihr auch mal die Chance habt, von mir wegzurennen. Die zahlen nicht, meine ich. Wo ist denn, wo bleibt denn jetzt der Luca, verdammt? Da kann Bock mehr aufmachen. Ah, wie ging das noch mal? Ach, Mann. Privates Match, da muss ich euch alle kicken. So, ich kicke euch jetzt nochmal alle. Dann mache ich Privates Match. Law, what was is that? Da gehts los! Okay, boxc sector. Hi. Kicken. 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 Close party. Privates Match. jetzt lade ich alle ein so haben wir den luka da haben wir den ich bin jason so der erste ist da der zweite ist da der dritte ist da und der erik kommt mal wieder der luka kommt mal wieder zuletzt vier gegen den babbo das ist ein unterschied jetzt level 13 der hat den sack gesicht jason so kommt ready and give him nico fc bayer fan hi alles klar bei dir mir geht's gut und dir nicht so gut wieso was hast du was passiert jetzt nicht liebeskummer erik verpiss dich vorbeim stream das ist voll unfair das ist voll und vererät wenn du jetzt mein streamer hast du guckst wo ich lang lauf verpiss dich aus meinem stream ja ja deswegen kann ich nächste runde mitspielen ja kannst du machen hast du mir jetzt so eine freundschaftseinfrage geschickt habe ich gerade gar nichts mit gekriegt ihr seid so tot das wisst ihr noch gar nicht so freunde jetzt ist der babbo mal jason keine gnaden mama ich tue was du sagst so wo rennen sie denn da rennt einer den krieg ich dann sag warum beginnt er nicht so gut was hast du denn was kommt aus Hat er mich gestunnt? Du spinnst, ey. Hab mir das Bein und die Hand gebrochen. Ach du Scheiße, gute Besserung, Digga. Wie hast du das denn gemacht? Wie hast du das denn gemacht? Alter, du rufst doch nicht gerade in die Bullen, oder? Spinnst du? Nachher doch mal hochwatchen. Nee, Digga, glaube ich nicht, du. Oh je, Fußball. Du spielst ja overwatch? Ja, Mann, guck dir meinen Channel an. Du willst mehr? Nicht dein Ernst. Ja, Jason. Don't let them. Okay. 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 Du glaubst aber wirklich, du kannst hier in dein Bett mal stecken, oder was? Hä? Du Pimmelberger. Willkommen im Reich der Toten, Erich. Sie müssen zuipen, Erich. Sie sollen im Reich der Toten schreven. Sie sollen sterben. 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 Ja, geht zum Boot, geht zum Boot, geht zum Boot. Nee, die anderen sind nicht beim Auto. Ich hab auch gar keine mehr. Nein, 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 nein. So, Luca, willkommen im Reich der Toten. Da haut der Pimmel einfach auf, ne? Darf ich Overwatch auch mal mitspielen? Ja, kannst du machen, das ist kein Problem. Hat er Glück gehabt, hat er Schwein gehabt, weil er scheiß Taschenmesser hatte, ne? Ende! Hat er mich, ich glaub du spinnst, Luca! Aber ich steh wieder, ich steh wieder! Ich steh wieder! Was ist das? Das ist richtig. Meine Freude guckt jetzt zu, ja alles klar. Das ist richtig. Ja? Ich weiß, ihr wisst, dass ich ihn hören kann, ne? Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Doch. Ist da jemand in meine Falle getreten? Tja. Das war's, würde ich sagen, ne? Ich hab keine Ahnung, der hat sich noch gar nicht bei mir gemeldet. Ja, hier, der, der, der Lord wollte gerade noch mitmachen. Den lade ich jetzt ein. Ne, jetzt bin ich noch mal Killer. Ja. Danach könnt ihr wieder. Wie kann man sehen, wer noch übrig ist? Indem ich Steuerkreuz nach oben drücke. Echt? Kannst du sehen, wer noch übrig ist? Ja, ihr auch. So, warte mal. Inweit. Jetzt muss ich gucken. Ja. Ich hab, ich habe einen an Freunde getötet. Ich sollte zu helfen, wenn ich aber weggerannt. Entschuldigung. Äh. Aber ich wollte nicht sterben. So, hier, Lord. Wie heißt du noch mal? Hast du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Ich muss mal einmal gucken, hier eben. Aber es war, ich wollte nicht sterben, wenn ich jetzt verrecken würde. Was hättest du bei dir denn davor? Ja, ich will hier nicht. Alles klar. Ah. So. So. Keine Ahnung, vielleicht ist der Hero mit seiner Freundin unterwegs oder so. Warum hast du mich nicht genommen statt Emil? Ich hab den genommen, den ich nicht gekriegt hab. Ich hab das schon nicht gekriegt. Ja, weil das Brot hab ich bauen lassen. So. So. Ja, das war ziemlich scheiße, ne? Okay. So, weiter geht's. Zocken dann meine Freunde mit am Sonntag? Wäre cool. Ja, meine Freunde zocken immer mit, ne? Ich hab jetzt eigentlich jetzt primär eigentlich nur mit Erik und Luca gesprochen, aber du kannst auch mitzocken. ja. Je mehr, desto besser bei dem Spiel. Weißt du, solange ich noch so wenig Abonnenten hab, kann ich auch noch gut und gerne auf meine Abonnenten eingehen. Sollten es irgendwann mal mehrere Tausend sein oder so, wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Dann kann ich auch nicht jeden bevorzugen. Äh, Luca drückst du mal jetzt oder was ist das? Ja. 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 Ja, naja. Ja. genau weil ihr eh verlieren werdet und sterben werdet das aber nur so nebenbei kann leider gerade nicht spielen aber nächste runde vielleicht ja lords private schickt mir noch mal eine freundschaftsanfrage bitte ich weiß nicht irgendwie finde ich dich nicht zwei von vier wollen dann von mir mitmachen ja das ist kein problem aber soll mich vorher abonnieren versucht jetzt mal ein bisschen zu überleben haben die schon eier cool geile sache und sie laufen und kriegen jetzt einfach nicht mit dass ich alle ihre schritte sehen kann ja ja they want to hurt you jason don't let them Aber die Falle eben war geil, ne? Hol dir die Lauchs. Ja man, die Lauchs. Wir checken einfach nicht, dass wir viel zu laut sind. Ihr checkt das einfach nicht, ne? Ich mach mal kurz das Wurfmesser mitnehmen. Der Luca, der feiert immer so, wenn ich die Wurfmesser benutze. Ich kann gerade nicht spielen. Okay. Will der mich verarschen? Da sitzt noch einer im Haus. Das kam von rechts. Du bist nicht gerade abgehauen. Darin da. Aber nächste Runde vielleicht klar gerne. Ja. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Du kannst doch gar nichts. Du kannst nichts, du kannst gar nichts. Komm doch her! Ich kann nicht sterben. Aber ich kann dich holen. 10-4-97. ihr seid sowas von tot hast du gestern standards geguckt habe ich noch nicht geschafft ich kann euch hören ist ihr bewusst ich hätte zugemacht was das stück hin da waren es nur noch drei ich heiße auf der ps4 tommy ok ok und ich werde dich kriegen kommen diese scheiß taschenmesser ich da gangster was denn bei dir wie geht es dir schatzi was geht denn kevin polski wo ist hier keine ahnung ich habe den ganzen tag von ihm noch nichts gehört boah freunde nicht dein ernst und ich weh euch oh mein gott dinge hat er nicht gemacht ich höre euch nicht nur ich kann euch auch sehen nein 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 du bist aber brutal oder wie ich schatzi aber was geht denn bei dir nicht dein ernst was geht denn bei mir geht gar nichts außer hier zocken und so ende mein freund ende ja schade kann man leider nicht sehen da war es nur noch einer und der ist fast down hallo luca du hast dein rohr verloren er haben meine freunde auch youtube ja skyliner du musst in meiner kanal info gucken da steht stehen meine meine partner kanäle auch drauf ich habe die sirene schon gehört also naja aber du bist so gut wie du ja eine DIFF und leid ja du bist gosh ok confronted abonnieren um den auch dafür ja kann ihr machen da freuen sie sich auf ganze kurze Helmspam für Schatz, alles klar, Digga, ihr macht so ein Fehler ich bin ein echter Gangster, hau rein, bis dann, tschau, ihr macht so einen krassen Fehler jedes Mal, ich weiß immer, wo ihr seid, ne, ja, ich mach auch zu, aber ne andere Map, ähm, Higginshaven, nein, die anderen, Pakanak, oh mein Gott, es tut mir leid, lese doch mal, wie heißt denn die Map, Pakanak, ey, sorry, ey, Leute, ohne Scheiß, in diesem Map wird keine Form von, äh, von Dingsbums hier, von Rassismus unterstützt oder so, deswegen spiel ich jetzt was anderes, wir spielen Higginshaven, oh, Jason, bist du echt gut, Rosberg, ja, vielen Dank, wenn die anderen so doof sind und sich überall zeigen, Leute, alle, die, alle meine, hör mal, der, hier mal kurz, kleine Info, der Mike, äh, hat meine ganzen Partnerkanäle abonniert oder will sie jetzt abonnieren, da ist auch Skylander Zocker LP dabei, ah, oh, hallo, wer bist du denn, wer kommt bitte auf die kranke Idee, nachts an einem verlassenen Ort so zu baden, jetzt mal ohne Scheiß, welche Drogen muss man nehmen, oder wie notgeil muss man sein, da geh ich doch lieber ans Meer oder so, an ne Bucht, und lass mich von Haien fressen, anstatt von dem Killer umzunieten, ey, was geht denn ab? Wahnsinn! Skylander Zocker, du hast einen neuen, du hast einen neuen Abonnenten. Hattet ihr auch, hattet ihr auch gerade die sexy Alte im Schlüpper als Quickscreen? Ja, ich bin's nicht. So, viel Spaß. So, jetzt müssen wir uns nämlich schnell beeilen, weil der wird jetzt wahrscheinlich die Messer und so einsacken. So machen, nicht vergessen. Direkt erstmal die Leuchtpistole krappen. Ja, ich bin im Haus. Ich weiß nicht, wo man die Bullen rufen kann. So weit hab ich's noch nicht geschafft. Habe alle abonniert, schreibt er. Aber ich find's nicht. Ah, Männer, ich find's nicht. Okay, ich kann's nicht. Okay, okay. Okay. Luca, wo bist du? Hey Mann, komm rein. Du musst die Tür zu machen. Kann man alles suchen? Hier ist ein Walkie Talkie. Ja, hört mich jemand? Ja. Hört mich jemand? Oh, ich mach den selben Fehler wie ihr, ey. Okay. Heißer sein. Er kann laut reden. Kriegt er nicht mit? Ja, aber wenn er in der Nähe ist, kriegt er das mit. Hi, CountYT. Alles cool? Hi. Hey. Das sind alles Paul Berger. Ja Mann, wie ich Standardskill sagen würde. Ja, wenn er in der Nähe ist, dann ja. Ja. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier irgendwas finde, was ich abhauen kann. Ja. 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 Ja ooh, nehm der Kw'n Ja. In meinem… auch alles cool, bis auf dass ich gerade peinlichst gestorben bin. Na, muss nicht schleichen, kannst ja auch joggen. Ja, aber das Problem ist, wenn ich jogge, sieht Jason mich. Durch diese Kreise, das heißt durch diese Bewegungen, kann er mich wahrnehmen. Und daher weiß er auch, wo die anderen sind. Das macht es mir nicht gerade einfacher. Okay, Luca ist auch gleich tot. Kaun, YouTube, bist ja auch neu auf meinem Channel, hab ich auch noch nicht gesehen. Spielst du auch Freitag, der 13., erzähl mal. Kann ich jetzt mitspielen? Ja, jetzt kannst du mitspielen, Digga, kannst du denn. Doch, der sieht mich, wenn ich jogge. Habt ihr ja gesehen, bei mir, als ich gerade Jason gespielt hab, der, wenn die gerannt sind, hat man gesehen, dass die Kreise, also hier, wie die Kreise so groß oder so, und man hat die Schritte in der Füße nach. Viel HD Gaming, was geht, hi. Auch neu bei mir. Boah, voll umgenietet. Kann ich jetzt mitspielen? Ja, du kannst jetzt mitspielen. Oh mein, komisch. Was ist komisch? Ja, ist, ist so. Wir müssen jetzt die Bullen rufen, wir haben ja keine andere Wahl. Es hängt. Was hängt? Mal sehen, ich muss mal selber gucken. Ich kann mich nicht mehr. Mal sehen, ich muss mal sehen, ich muss mal sehen. Digga, das ist ja lieb von dir. Danke dir. Er hat recht, mein Scream hängt. Nein, nee, doch nicht. Nein, alles in die Maschine. Ah, der Luke hat sich die Augen ausgequetscht. Hängt mal ab und zu. Ja, das liegt an meiner super tollen 1-in-1-Internet-Verbindung. So, Freunde, ich lasse euch mal... Ich habe keine Ahnung, ich bin schnell gestorben. Ich hau mir mal kurz eine Pizza in den Ofen und dann bin ich gleich wieder da. Ich kann nicht mehr so schnell gehen. Die Pizza in den Ofen und dann bin ich, wie ich kann... Ich kann nicht mehr so schnell gehen. So, da bin ich wieder. Moment, ich gucke mal auf dem Handy. Und wenn ihr sagt, dass das hängt. Ja, ich sage ja, ich habe so eine supergeile 1v1 Internetleitung. Das ist der Wahnsinn. Habt ihr schon vermisst, Digga? Ich war doch nur kurz in der Küche. Den rennt er denn gerade eigentlich hinterher? Er kann sich da hinsetzen, wie er will. Jason hat infrarot. Hier sieht's ja alle. Bei mir hängt es nicht. Doch, ab und an. Ja, ja, habt ihr recht. Muss ich zugeben. Ja, ja, wir machen jetzt zufälligen Killer. Ja, aber Lars ist irgendwie heute unerreichbar. Ich kann ja zwischendurch noch mal versuchen, anzurufen. Ja, besonders wenn ich Jason will. Oh, die alte so gut wie tot. Das war's. Nee, hier wurde es unerreichbar. So, Freunde. Das war's aber schon wieder mit dem Stream für heute. Ne, anderthalb Stunden sind für heute erstmal mehr als genug. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Und dann auch die Glocke nicht vergessen zu drücken. Und teilt den Part gerne mit eurem Freundin. Facebook, Instagram, Schlag mich tot. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hier zu Let's Play Freitag, der 13. Tschüssi, Kowski.